ZOI Das ist ja eklig Wir haben nur eh nen Pickel angefasst Achso Wolltet ihr den Pickel ausdrücken? Wir haben gerätselt, wie lange es dauern würde, um den auszurücken Ich habe ein bisschen Feuer gemacht, glaube ich Ich chip auf 2 Wochen Meinst du? So ein dickes Ding? Wenn ich noch Bei so nem Öcker auf der Nase bestimmt Der war doch auf der Stirn Das andere, was du meintest mit dem Öcker auf die Nase, das war die Nase Und die hast du hier ausgedrückt? Ich hab sie hier matschig gehauen Hier steht, guck mal, hier müssen wir lang Das sieht nach Seefroon aus, da oben ist so n Ding Das sieht hier voll feilig Oh Wo ist die Witch? Die ist aber... Die ist mal ne echte Menge Ja, findest du auch Wo müssen wir... Ach da, das bist du? Geht's dann ne Weiche? Ich glaube, der ist die Erweiterungsform der Glücklichmacher Sind das die Ungl... Hier ist was anderes am Dampfen Sind das Unglücklichmacher Pillen? Was war das denn? Ach, ein Boomer Wo müssen wir denn jetzt weiter? Hat schon einer mal was gesehen hier? Nö Und jetzt ruft mich einer an hier Um halb elf, also echt Ich hoffe, das hört man nicht so laut Ich hör's Scheiße Da hab ich ja nur nicht mit gerechnet hier Ich komm hier nicht rüber Kommt man hier irgendwie rüber? Nö Nein Scheiße Ah, hier ist Splitte Ich hab gefunden, Aua Du hast gefunden, Aua? Er hat Aua gefunden! Da waren wir schon, ne? Wie geht's denn jetzt hier weiter? Habt ihr ne Kuhkakee Ich würde sagen, immer der Witch hinterher Nee, hier ist ein Jockey irgendwo Ich bin kein... Ah! Jockey, auf mir drauf! Jockey Ich hab... Nö Hallo, Jockey auf mich drauf! Ich bin gleich tot! Hä, ich hab die Wurz aufgeschreckt Danke, wer immer das war Achso, ich wieder Ja, wo seid ihr denn? Oh, wo liegst du denn? Wo bist du denn? Ich hab weiter geschafft Ich weiß, wo's weitergeht Ja, aber du hättest mal auf uns warten sollen Jetzt wissen wir nicht, wo's weitergeht Wo geht's denn jetzt weiter? Ja, wo geht's weiter? Hilf uns doch mal wenigstens Du hast ein Defiz Ja, warte, ich seh das momentan nicht so Ja, da Und dann da einfach geradeaus Und nicht in das Loch fallen Da Aha Kommt ihr mir nach? Ich komme Und da auf dem Tisch lieg ich Hallo Seid ihr da? Nicht ins Loch fallen Und wo liegst du? Da auf dem Tisch Hier ist der Defi Hä? Auf welchem Tisch? Da! Siehst du, ich bin nicht da Ach, was machst du auf dem Tisch? Hahaha Hier ist gut Jetzt muss ich den Defi nehmen Ja, guckt mich nicht nur an, belebt mich Ja, ich muss doch erstmal gucken Das war Premiere Hier gibt's Waffen! Hier gibt's! Was tolles gefunden Alter, was ist das denn für ne Waffe? Die kannte ich noch gar nicht Das ist M6 Gleiches Hier ist ein Molotow Hier ist ein Molotow Hier liegt eine STG oder sowas Kennst du den nicht? Nee Das Ding ist eigentlich ganz gut Aber ich finde die gibt's zu selten Die gesamten Level Habt ihr den Molotow gefunden? Ja, ne? Gut Gut Hier geht's glaube ich weiter Kann das sein? Nein? Habt ihr gehört? Der Smutter brüllt Nein! Ich sag, hier geht's weiter Nein! Das hat geknallt Ich hab den Ausgang gefunden Ja, lauf nicht so schnell Wart auf die anderen aster Ja, wenn du dann nachher hier lang liegst Ach du, wir haben ja noch einen D-Fing N señora So nutzt du grad zehackt Ich hab nen Weg gefunden Du hast nen Weg gehackt? Boah Das ist das sogenannte Weggehack Und jetzt Spring Hier liegen Munition Ja, warum gehen wir jetzt hier lang? lande einheit wo wollte überhaupt die tür zu scheiße nehmen wir das loch in der wand wo wir sind wir hätten halten euch den rücken frei ja 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 hier ist munition habe ich doch gesagt wir waren damit beschäftigt auf dem boden zu landen ein hand der einhand der gewecken ich habe explosiv munition hallo ich habe eine waffe der munition ich nicht auffüllen kann auch jetzt habe ich 149 springgabe ich bin gleich tot hier so jetzt geht es mir besser für den fall aber ja was machen wir jetzt hier drinnen turnstudio auf dem tisch um springen ach so singst du da nein nachher kriegen wir noch problem hey lasst mich doch mal durch die tür ach jetzt war ja gar keiner da ich bin fett geworden kommt nicht mehr durch die tür tasser voll die beleidigt ich will meine 148 schuss mit explosionsmodi nicht ausgibt ich hab mir im g vorsicht lasst mich ich habe keine pillen mehr oh danke ja ja ich muss die arbeit machen du klaust dir einfach die pillen hier liegt der pappengang heil dich doch mal alter mann ja ich wollte das midi pack noch aufheben aber nein dieses gierige jungvolk keiner in katana keiner hier ist auch nichts drin wo geht es jetzt weiter hat einer eine idee die toilette da hat er vergessen zu spülen der hat das ganze becken voll nein komm sappel nicht so viel hallo ich hänge an so einem smoker danke hannes nicht so viel sappeln einfach mal hinterher guck mal henry ist schon wieder vom tor hat hier einen tank allein erledigt hast du henry ja echt mit der höchsten ja eine reine texen die tänkte ich auch noch und ich bin ohne an kat also der lag hier schon von vornherein da wollte er schon mal rumpraren aber nicht mit mir ich komme allem auf die schliche von wegen jeder zauberfläche rief ich bin ich auf oh scheiße ich komme hier nicht durch das mache ich jetzt split pass auf das sieht lustig aus wie du gehüpft bist na schieß doch jetzt fällt der noch ab also die uniformierten können ganz schön einstecken ne auf jeden fall ist hier irgendwas schönes was spannendes und was zum spülen und schokolade oder wenigstens ein seel ich habe noch einen osterbeutel wenn denn kannst du deinen beutel behalten oh hier ist popcorn ich will ganz vorne sitzen hier liegt ein baseball schläger popcorn popcorn ob das noch gesund ist popcorn ja ich hätte gern einen film hier sind zwei tanks hier ist eine waffe hier ist eine treppe hier ist ein pfeil kommt mal zu mir oh ein pfeil das muss richtig sein ja der pfeil führt er zeigt auf zum den weg zum seel habt ihr gehört ja ich komme wer ist das da hinten ach henry es sind zwei türen ich kann mich nicht entscheiden welche mache ich zuerst auf ich mache die auf ich gehe die rechte die rechte war falsch hier geht es weiter hier ist munition hier gibt's waffen und noch einmal shady jo na 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 so hey pass auf wo du hin zielst pass auf ich glaube da ist der safe room wo denn wo denn ich weiß aber nicht wie ich darauf komme hey hörst du auf sowieso reiten hey 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 wo ist denn der safe room müssen wir da irgendwie runter tut das weh wenn man runter springt ich glaube wir müssen hier durch ich bin durch ich bin mit durch guck mal hier ist windows jetzt ist es abgestürzt ja ich habe ihn kaputt gemacht hier kommen wir aber nicht weiter leute wir sollen hier irgendwas restarten also ich weiß doch nicht so welchen achso habt ihr das gehört der hat sogar ah kaputt henry der hat ihn schon wieder kaputt gemacht oh jetzt ist dunkel geworden was jetzt oh oh so wir müssen den stroh ausmachen so ein scheiß aber auch hat bill eben gesagt was ist hier mit dem stroh wir sollen eine axt finden hab ich ja komm her dann komm her ja ich muss jetzt mal raus ziehen eine ganze weile ex kalibur ich bin kaputt kommt her hier komm her ich hab noch sieben sechs fünf drei eins ich kann nicht zählen oh wir haben grad incoming ist grad bisschen scheiße ich hey auf mir liegt ein hunter hallo danke ja ich helfe oh boomer auch noch da kam ich hab den fetten arsch runterkriechen sehen da aus dem loch ach das bist du geh mal ein bisschen weg bei mir ja wir haben doch noch den defi glaub ich besser wenn du stirbst einen ich hab den schutzraum gefunden wir haben gerade ein paar probleme wieder weg lebt mich wieder ja henry sag doch dass du liegst ich lieg doch gar nicht ach das bist du was machst du hinter mir du verwirrst mich hinter dir sein haltet mir mal ein bisschen den rücken frei na gut lass mich in stich ja hier ist ja auch der schutzraum das ist ja schön ich bin grau ich bin grau soo denn machen wir können wir wieder eine pause machen ich denke mal wir können wieder eine pause machen eigentlich verstanden ja ich sollte uns eine pause machen ja ich muss mal ich bin ja das ist ja es ist ja das ist ja ich bin grau ich bin grau